Ein guter Fahrer agiert immer vorausschauend. Stellen Sie sich immer die Frage, was wäre wenn? Aber was wäre, wenn der Fahrer beispielsweise während der Fahrt das Bewusstsein verliert? Reagiert der Fahrer nicht auf die Alarmtöne und auch nicht auf einen kurzen Bremsruck, übernimmt der Notfallassistent. Das System bringt das Fahrzeug automatisch zum Stehen und schaltet die Warmblinkanlage ein. Erfolgt nach 10 Sekunden immer noch keine Reaktion, wählt das System den Notruf. Der Notfallassistent ist Bestandteil des Assistenzsystems Travelers. Der Notfallassistent – ein weiteres cleveres Skoda-Feature, von dem wir hoffen, dass Sie es nie benötigen werden.